11. Mai 1541. Sie wollen mich töten, doch Satan ist meine Rettung. Ich bin für ewig im Besitz seiner magischen Kräfte. Was immer Sie tun werden, ich werde zurückkehren. Über 400 Jahre sind vergangen. Evil Speak, der Teufelsschrei. Doch beschworen in einer schwarzen Messe kehrt der jünger Satan zurück. Können Sie mir einen Gottesnamen verraten, woher Sie kommen? Ja, ich war dauernd hier. Nein, das waren Sie nicht. Wenn das stimmen würde, hätte ich Sie nämlich gesehen. Ich würde ja nicht sagen, wenn du blöde wärst. Aber dein Intelligenzquotien ist überdurchschnittlich hoch. Ich will meine Feinde verrichten. Gib mir die Kraft und die Macht dazu. Eine grausame Rache mit teuflischen Mächten im Wunder. Evel Speak, der Teufelsschrei. ! ! Untertitelung des ZDF für funk, 2017